Hallo Leute, hier ist der Max und heute gucken wir uns BattleBit Remastered an. Gestern Abend ist der Playtest gestartet und wurde dann nachts schon wieder abgebrochen, ein paar Stunden später, wegen so großer technischer Probleme. BattleBit ist ein, ja wie nennt man diese Spielekategorie, Low Polygon, Low Poly Shooter. Ich würde sagen, das ist so eine Art Crunker.io Features Battlefield. Und dieses Game wird gerade auf englischsprachigen Channels und gerade auf Channels, die früher hauptsächlich für Battlefield-Content bekannt waren, mega hoch gehandelt. So nach dem Motto, dieses Pixel-Game ist der Wahnsinn oder setzte x-beliebige Clickbait-Überschrift ein. Ich glaube, sowas mache ich jetzt für das Video auch. Naja, und ich dachte mir, ich muss mal abchecken, ob da was dran ist. Was natürlich wirklich der Wahnsinn wäre, ist, wenn ihr mich unterstützen wollt und mir bei der Gelegenheit einfach ein Abo und ein Like auf dem Video da lasst, kostet nichts und hilft mir natürlich ungemein, mich im YouTube-Algorithmus besser zu platzieren. Aber zumindest das Interesse an BattleBits ist eindeutig vorhanden. Gestern wollten wohl im Peak über 30.000 Spieler beim Playtest teilnehmen, was Battlefield 2042 ja schon eine Weile an Spielerzahlen nicht mehr gesehen hat. Und ich denke, gerade enttäuschte Battlefield-Fans scheint das Spiel irgendwie anzusprechen. Aber es ist auch klar erkennbar, warum. Ich meine, das ganze Game ist sehr battlefieldig oder sehr battlefieldi oder wie man das nennen will. Es gibt bekannte Spielmodi aus Battlefield von TDM und Gun Game, aber auch so zu den klassischen Battlefield-Spielmodi wie Rush und Conquest und noch viel mehr. Das Spiel hat erstaunlich viele Maps und Spielmodi aktuell schon. Und wie gesagt, auch die Maps und alles drumherum fühlt sich schon ziemlich nach Battlefield an. Was natürlich nichts Schlechtes sein muss. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schön gut, auch aktuell, weil die Lücke, die DICE mit Battlefield 2042 hinterlassen hat oder selbst ja quasi geöffnet hat, warum sollten die nicht von anderen besetzt werden? Vielleicht von anderen, die es mittlerweile besser können als DICE. Kann doch alles möglich sein. Also ich denke, man kann rein aus diesem Gesichtspunkt als Battlefield-Fan diesem Spiel schon mal eine Chance geben. BattleBit hat lustigerweise auch einen, auch wenn es nicht so aussieht, einen kleineren, realistischeren Touch als Battlefield. Zum Beispiel muss man sich selbst verbinden, weil man sonst verblutet. Beim Wiederbeleben macht er sowas ähnliches wie Herzmassage als Animation beim Revive. Und der Voice-Chat, der ist auch global, aber von der Position abhängig. Zum Beispiel, wie man das auch spielen wie Squad oder so kennt. Also sprich, wenn man nah genug dran ist, kann man die Leute hören, die um einen drumherum stehen. Und ich glaube auch die Gegner. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Und übrigens, ihr habt vielleicht schon rausgehört, das Game an Voice-Chat. Ja, wie geht dann sowas? Ein Legacy-Feature. Sachen, wo aktuelle AAA-Games wie Battlefield dran scheitern, haben sie eingebaut. Und ich habe es auch schon in meinen Battlefield-Videos gesagt. Es ist überhaupt kein Hexenwerk, Voice-Chat einzubauen. Also ich habe selbst schon Voice-Chat implementiert. Nicht in Spielen, sondern auf Webseiten. Aber das funktioniert. Also das ist mit aktuellen Libraries wirklich kein Riesending mehr. Zumindest finde ich cool, dass Voice-Chat dabei ist. Und leider konnte ich gestern Abend dank riesigem Lag- und Serverprobleme nur drei bis vier Runden ungestört auf US-Servern spielen. Ansonsten bin ich auf EU-Servern permanent rausgeflogen. Das heißt, mein Footage-Aufnahmen, die ich von dem Game habe, hält sich auch in Grenzen. Das heißt, ich zeige euch auch bei weitem nicht alles, was in diesem Game aktuell schon drin ist. Und ich habe gestern Abend weder was zu Waffen-Customization aufgenommen, noch was zu Klassenauswahl gibt es hier groß zu sehen. Aber alles, das kann ich euch sagen, alles schreit irgendwie Battlefield. Ja, von, dass es Assault-Klassen gibt, Engineer-Medics gibt, dass es teilweise Zerstörung auf den Maps gibt, und wo man einzelne Steine aus der Mauer schießen kann und dann die Gegner abaimen. Das schreit alles schon ein bisschen nach Battlefield. Es gibt auch Fahrzeuge, die aktuell hyper-mega-krass OP erscheinen mit ihrer lasergenauen Instant-Kill-Maschinen-Gun. Aber das ist alles kein Ding zum aktuellen Zeitpunkt, wo man sich darüber aufregen müsste, weil das Game ist ja noch nicht mehr Early Access. Das war gestern im Prinzip genau dafür gedacht, die Server ein bisschen zu stressen. Und sie haben ja festgestellt, der ganze Kram funktioniert noch relativ bescheiden. Aber einen Pluspunkt haben die Entwickler bei mir schon mal, denn sie sagen, sie wollen natürlich Skins und Customization einbauen, aber nicht über Microtransactions. Was für mich heißt, wenn man das Spiel gekauft hat, kann man alles mit In-Game-Achievements und In-Game-Challenges anlocken. Das finde ich natürlich cool, aber inwieweit das Bestand haben wird, sollte das Game wirklich mal erfolgreich sein, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Das wären nicht die ersten Entwickler, die sich dann um 180 Grad rumdrehen und sagen, naja doch, wir machen doch Microtransactions. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist das zumindest nicht geplant. Aber es steht ja auch noch aktuell auf einem ganz anderen Blatt, ob das Game überhaupt Erfolg haben wird. Aber ich denke, Erfolg ist eh ein gutes Stichwort. Das Game ist aktuell noch sehr roh, würde ich sagen. Also da fehlt es an vielen Stellen noch. Und ich denke aber, man erkennt, dass da im Kern durchaus ein spaßiger FPS drinsteckt. Jetzt schon. Aber es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, da ein fertiges, gut spielbares, spaßiges Produkt draus zu machen. Ja, das Waffenhandling und das Trefferfeedback und so, das fühlt sich zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich schon erstaunlich gut an, besser als der Rest vom Game. Aber ob die natürlich jemals richtig fertig werden mit der Entwicklung oder ob da was gut spielbares rauskommt, tja, wer weiß. Ich denke zumindest nicht, dass man da in allzu naher Zukunft mit rechnen muss. Das Team dahinter ist ja auch nicht gerade groß. Und netzwerktechnisch war das gestern die reinste Katastrophe. Es hat rumgeleckt, Server Restarts, Server Crashes am laufenden Band, also wie die großen quasi. Es lief eigentlich nichts richtig. Was ich Ihnen aber in diesem aktuellen Stadium verzeihe, Sie wollten ja genau sowas machen. Sie wollten ja quasi Ihre Infrastruktur mal stress testen. Und wie gesagt, Sie verkaufen noch nicht mehr Early Access. Es gibt ja genug Spiele, die launchen Early Access auf Steam und greifen Geld ab und die Entwickler sind dann über alle Berge. Also man konnte das quasi kostenlos spielen, man konnte sich kostenlos zum Playertest anmelden, ohne dass sie versucht haben, da irgendwie so, ja mal kurz auf die schnelle bisschen Geld abzugreifen. Das gibt auf jeden Fall schon mal Pluspunkte bei mir und ihre Server haben es halt einfach nicht ausgehalten. Aber trotzdem habe ich am Anfang ja schon gesagt, es gibt erstaunlich viele Spielmodi und Auswahl an Maps jetzt schon. Es gibt sogar, stellt euch das vor, krassestes Legacy Feature aller Zeiten. Es gibt sogar ein Voting System am Ende der Runde. Wo man auswählen kann, was man spielen will. Sogar den Spielmodus, die Map und ob man die Tag- oder Nachtwestions spielen will. Ja, da guckst du Battlefield, oder? Ja, was die alles einfach so machen. Ähm, optisch, und das muss man jetzt an der Stelle aber einfach, denke ich, auch nochmal drauf hinweisen, optisch ist das Game aktuell wirklich keine Augenweide. Und das liegt gar nicht am Low-Polygonen-Pixel-Look, sondern eher, dass das Game kein, ja, wie soll man das jetzt sagen, keinen richtigen eigenen Art-Style hat. Minecraft ist auch pixellig, aber Minecraft hat Style. Crunker ist auch Low-Poly, hat aber Style. Das fehlt dem Game noch. Die Maps sehen aktuell aus, wie, ja, aus dem Half-Life 1 Map-Editor mit simpler Geometrie, ohne richtige Beleuchtung. Und ich denke, gerade in der Grafik-Design-Richtung müssen sie grundlegend noch was machen an dem Game, dass das Game einen eigenen, ja, so ein bisschen herausstechenden Look hat. Aktuell sieht's halt einfach, ja, Low-Poly aus, aber nicht irgendwie, dass man sagen könnte, ah ja, das ist Battle-Bit. Also ich denke, Grafik-Design-Technik haben sie da noch einiges zu tun. Und ansonsten hat's natürlich nicht viel Sinn, sich jetzt hier großartig über Probleme aufzuregen, zum Beispiel, dass man Gegner, die etwas weiter weg sind, überhaupt nicht richtig sieht. Ja, das sind Dinger, da mache ich mir zum jetzigen Standpunkt des Games wenig Gedanken drum. Ich frage mich eher, ob sie das Ganze gestemmt bekommen mit ihrem kleinen Team. Und ansonsten denke ich, hat das Game durchaus Potenzial, wenn sie das jetzt in halbwegs angemessenem Zeitraum, also sie können sich das ja keine 5, 6 Jahre Zeit lassen, wenn sie da was gut Spielbares hinbekommen, denke ich, dass sie durchaus Chance haben, Battlefield-Fans bei Laune zu halten, beziehungsweise gerade auch Battlefield-Fans, die jetzt enttäuscht sind und nicht wissen, was sie machen sollen, für ihr Spiel zu begeistern. Das denke ich, ist durchaus möglich. Und nun zu sagen, irgendwie, das Game, das wird der nächste große Hit, wie ich das schon bei englischsprachigen Channels gesehen habe, naja, das ist definitiv zu früh zum aktuellen Zeitpunkt und auch noch etwas überzogen. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Der nächste Playtest bin ich auf jeden Fall definitiv wieder mit am Start. Mach dann auch ein bisschen ausführlicheres Video. Das heißt, wenn ihr es sehen wollt, wisst ihr ja, Abo und Like und ihr wisst ja, so was man halt auf YouTube macht. hilft mir wirklich, kann ich nicht oft genug sagen. YouTube-Algorithmus ist da sehr wählerisch in letzter Zeit und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr für einen Eindruck von dem Game habt. Würde mich wirklich interessieren. Vielleicht habt ihr gestern ja auch selbst gespielt und wir sehen uns. Macht's gut beim nächsten Video. See you! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.